Ja Leute, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wir sind hier gerade im Titelbildschirm von The Long Dark. Jetzt, ja, nach der neuen Veröffentlichung habe ich das Spiel heute zum allerersten Mal gestartet. Ich sehe zum allerersten Mal auch mit euch den Titelbildschirm. Sie haben wie immer volle Arbeit geleistet, würde ich sagen. Es sieht mega, mega schön aus und ich würde sagen, es ist hier draußen viel zu kalt und darum gehen wir mal einfach rein. Und wir sehen uns gleich drinnen wieder. Bis gleich! Ja Leute, willkommen in der Pelzjägerhütte. Ich habe den Ofen gerade schon mal an den Start gebracht. Es wird draußen dunkel. Draußen ist es ja sowieso relativ kalt in dem Spiel und ich dachte, da ist es doch ein bisschen gemütlicher, hier an einem kleinen Ofen zu sitzen und gemütlich zu quatschen und ja, ich habe auch ein bisschen gesammelt schon mal. Ein wenig Tomatensuppe oder einen Energieriegel kann ich euch anbieten. Eine super knackige Einmannpackung oder ein Kaffee stehen auch am Start. Also fühlt euch einfach nur wohl und ich wollte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch auf jeden Fall bedanken. Für die lieben Kommentare und für die Unterstützung freue ich mich sehr, auf jeden Fall. Ich wollte an dieser Stelle jetzt kein direktes 100 Abonnenten Special machen, weil ja, Zahlen gehen dahin und Zahlen verändern sich. Keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Das weiß man ja nie im Voraus. Und ja, darum habe ich mir gedacht, ich mache ein anderes Special und zwar so etwas, was ihr sehr wahrscheinlich noch nie oder auch vermutlich nie wiedersehen werdet. So schnell auf jeden Fall nicht. Ich habe ein kleines Indie-Horror-Game gefunden, das schon ein wenig creepiger ist als jetzt alles das, was man ansonsten so auf meinem Kanal findet. Und wenn ich das Wochenende dann gut überstanden habe, dann können wir ja weitergucken, wie es weitergeht. Ich wollte mich auf jeden Fall ganz, ganz lieb bei euch bedanken für die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, weiterhin, dass ihr ja meine Videos auch anschaut. Und wenn es euch gefällt, mir einen Kommentar da lasst oder so, freue ich mich auf jeden Fall. Es ist ja, ja, es ist halt so, dass ich, ich habe nicht die mega besten Spiele vielleicht, aber vielleicht macht es euch trotzdem Spaß. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich würde mich sehr darüber weiterhin freuen, wenn ihr auch Bock habt auf Mini-Indie-Games oder so. Also ansonsten wird auch auf jeden Fall jetzt demnächst hier so Long Dark angespielt. Ich werde, äh, oder, ja, es wird wohl sehr wahrscheinlich mehr als ein Angespielt werden, mit Sicherheit. Ich werde den, ähm, Story-Mode sehr wahrscheinlich aber noch nicht spielen, sondern erstmal nur ein normales Survivalen. Und, ähm, schauen wir einfach mal, lassen wir uns erstmal überraschen. Ich wünsche euch allen ein super-duper Wochenende. Und, ähm, drückt mir die Daumen, dass ich es überlebe. Bis dahin, viel Spaß!